Musik Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Doom Eternal Okay, dann gehen wir mal hier hin So Gelber Blutschlüssel erhalten Jetzt kommen wir doch hier hin, oder? Ah, okay Okay, warte, gehen wir mal hier nach oben Ah, okay Ähm, wir müssen jetzt wieder eine Rune auswählen Was soll ich jetzt nehmen? Das brauche ich eigentlich nicht so Okay, halt die Maus, äh, zwei in der Luft, um die Zeit kurzzeitig zu verlangsamen Wenn die Rune komplett, äh, aufgebracht ist, musst du warten, bis sie wieder aufgeladen ist Okay, ähm Gegner, die mit, äh, die mit oder unter dem Einfluss von Spezialwaffen getötet werden Senken die, auch, senken die Aufladezeit Das ist, das hört sich eigentlich auch nicht schlecht an Okay, von der Blutschlag, Schockwelle, getötete Gegner hinterlassen Gesundheit Naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt Du langst nach einem Glory Kill einen Tempo Boost Oder das hier vielleicht Nehmen wir das hier Obwohl, eigentlich wäre das mit der Zeit verlangsamen eigentlich auch ganz gut gewesen Naja, können wir ja beim nächsten Mal wählen Okay Nee, das wollte ich nicht Na, da waren wir schon Okay, dann wieder nach unten Aber wir haben immer noch nicht dieses eine Extra-Leben bekommen Aber ich weiß auch nicht, wie man das, ähm, bekommen soll Warte mal, nee Ist man von hier nicht irgendwie wieder rausgekommen oder so? Aber ich will auf jeden Fall, ähm, dieses Extra-Leben dazu haben Aber naja, gehen wir mal weiter Aber warte mal, äh Ja, hier müssen wir rein Okay, neue Gegner Habe ich Shotgun-Monie? Ja, okay Viel Kugeln habe ich für die, äh, super Shotgun Oh, wieder so ein großer, na toll Und wieder so einer Oh, shit, Alter So, wechsel, wechsel Nein, 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 nein Boah, shit Alter, ich bin tot Was soll ich da bitte machen? Okay, eigentlich war das ein unnötiger Tod, aber Naja Okay, warte mal Wir holen direkt, äh, das Sturmgewehr raus Oder warte mal Ähm Vielleicht die Balliste Dann können wir direkt den Großen töten Oh, verpiss dich mal Jetzt kommt doch der wieder So, das Geschütze ist weg Boah, Alter Ich werde da die ganze Zeit angegriffen, Mann Boah, da ist ja noch so einer Der ist tot Oder? Ach nee, der ist noch im Leben So, danke Ah, warte, warte, warte Habe ich's? Okay, danke Boah, steht der jetzt auch hier? Okay, der ist tot Aber war da nicht noch ein zweiter von dem? Oh, nicht genug Treibstoffen Na toll Was? Ich hab gar keine Munition Oh, shit Das ist schlecht Ich habe gar nichts Oh, warte jetzt Okay, dann kann ich's so töten Mit der Kettensäge Jetzt haben wir wieder so ein bisschen Munition bekommen Dann warte Erstmal die Rüstung aufsammeln Dann wieder hier nach oben Noch mehr Rüstung, danke Oh, kein Treibstoff Scheiße Oh, da drüben Ähm, ja Mit dem Sturmgewehr Warte da Scheiße Hoffentlich gehen wir nach unten Oh, da ist ja noch so einer Nein, oh, scheiße Das ist nicht gut Was ist er hier? Nein Boah, ich bin nach unten gefallen Scheiße Boah, Alter Der ist mega stark Komm schon Stirb doch Nein Warte Treibstoff Okay, Raketen Irgendwas zur Heilung oder so Ach so, das ist ja Gesundheit, stimmt Was, oh, shit Keine Munition mehr Nein Boah, Alter Ich muss damit der Kettensäge töten Nein Boah, ich hoffe, er fehlt Tod Und der Glory Kill Okay Okay, wir haben Waffenpunkte erhalten Das ist sehr gut Ähm Ah, das ist Gesundheit, oder? Boah, shit Warte, wir müssen nochmal rüber Da kommen wir eh hoch Das war hier, oder? Hä? Achso, hier Okay, wir haben es Habe ich noch irgendwas vergessen Oder so Ich glaube aber mal nicht Ey, wir haben fast keine Munition mehr Alter, nur für den Rocket Launcher Vier Raketen Na toll Dann zersägen wir den erstmal Bei Munition brauche ich auf jeden Fall Aber hat die ist hier unten vielleicht noch irgendwas? Da ist nochmal Heilung Die kann ich aber eh nicht mitnehmen Aber die Rüstung dafür Da komme ich nicht hoch Achso, kann ich auch nicht mit dem, stimmt So, jetzt haben wir zumindest wieder so ein bisschen Munition noch für die anderen Waffen Okay Okay, wir brauchen noch zwei äh, weitere Schlüssel Schaut die Munition, danke Manchmal muss man der Munition einfach einen Schutz geben Und hier bei der UAC schützen wir ordentlich Stürmung über Munition, danke Noch ein bisschen Rüstung Okay Okay, dann muss ich sagen, wir gehen hier mal hoch Wohl, warte mal Ah Sehr gut Nächster Leben, danke Achso, stimmt, hier kann ich doch unten Boah, Alter, ein Pinky Den haben wir schon mal Warte, ähm, die Balliste Macht eigentlich ein Headshot mehr Schaden, ich glaube aber nicht, oder? Obwohl, vielleicht schon So, ein bisschen Rüstung, danke Ah, gesperrt, okay Oh, der so einer Okay, was nehmen wir jetzt? Mehr Leben wäre eigentlich gut Aber das hier auch, äh, mit mehr Munition Nehmen wir mehr Leben Ist auf jeden Fall noch wichtiger als die Munition, finde ich Okay, da, warte mal Achso, nee, okay Achso, okay, ja, stimmt Ähm, dann müssen wir hier wieder weiter Und erst mal hier nach unten Dies ist das Herz des Nests Es hat Wurzeln im Hauptgenerator dieser Einrichtung geschlagen Reaktivieren Sie diesen, um das Nest zu zerstören Oh, Shit Boah, schon wieder keine Munition, Alter Äh, das kann doch jetzt wirklich nicht sein Mit der Kettensäge kann ich ihn auch nicht töten Boah, Shit Komm, Schaden Warte Vielleicht in der Kettensäge Nee, geht leider nicht Aber ihn kann ich zersägen, danke Nee, warte, den zeigt Oh, was Okay, neuer Eintrag Und da ist eine neue Waffe Okay Waffenpunkte erhalten, danke Okay, ist aber gesperrt Achso, oh, Shit Da kommt noch nicht weiter Da brauchen wir anscheinend so einen roten Schlüssel oder so Okay, wir müssen wahrscheinlich dort rein Okay, hier gibt's eh nix mehr Dann können wir hier schon mal weitergehen Oh, na toll Oh, na toll Warte, wir laden auf Hä, was Hattest du den mit einem, äh, Schusstod Hab schon gedacht, der überlebt das Ja, ich hab aber nix getroffen, glaub ich Bisschen Gesundheit Was ist denn das Strahlenschutzanzug, okay, das ist geil Ah, jetzt können wir das giftige Wasser oder den giftigen Schleim oder was auch immer das ist Das ist auf jeden Fall geil Ah, das ist der rote Schlüssel Den brauchen wir auf jeden Fall als nächstes Hä Von was werde ich getroffen, Alter Hä Ähm, warum werde ich getroffen, Alter Hä Versteh's nicht Achso, jetzt bekomme ich wieder keinen Schaden Schnell weiter Jetzt bekommen wir wieder Schaden Wächterbatterie Wächterbatterie erhalten Sehr gut Ähm Ja, okay, wir müssen hier wieder zurück Hier gibt's sonst nix Boah, shit Ich bekomme schon wieder Schaden Ah, okay Warte mal Ah, warte, ich weiß schon, wie's weitergeht Okay, jetzt sind wir hier oben Keine Angst Ist ihre Seele einmal verzehrt Wird ihre Angst vergehen Warte, was ist das so? Die UAC Wir bauen die Brücke zwischen Menschheit und sterblich gehandicapten Okay, oh nein Nein, nein Nein, oh shit Jetzt bin ich ganz unten Ist aber, glaub ich, nicht so schlimm Was ist das hier? Ah, okay Jetzt bin ich hier oben Danke für die Gesundheit Das ist eine geheime Begegnung, oder? Äh Okay Ähm Warte, ich muss doch irgendjemanden töten Ah, nein Hä, wo sind die denn? Ah, da unten Oh, fehlgeschlagen Scheiße Okay, warte Wir gehen nochmal nach oben So, und wir machen das Ganze nochmal So, der ist tot Dann gehen wir nach unten Oh, ich habe noch sieben Sekunden Nein Oh, ich verkack's, oder? Oh, Alter Oh, Alter Ich glaube, einer war noch im Leben, oder so Okay, warte Dann werde ich das, glaube ich, das nächste Mal Einfach, ähm Ja, vielleicht die Balliste Und dann, ähm Das Plasma-Gewehr Oh, was? Ich habe da keine Munition mehr Achso, warte Jetzt habe ich es ausgewählt Ich hatte einfach nur die falsche Waffe Kommt schon Boah, das braucht zu viel Zeit, Alter So, jetzt nach unten Ne, warte Was? Achso, hier Hä, warte mal Warum? Hä? Ey, Alter Alter Mann, ey Ey Alter Ey, das Ey, Mann Ja, jetzt schaffe ich es sowieso wieder nicht Boah, Mann, ey Das hat gerade so genervt Ich denke, wir haben Spielzeug gefunden Boah, jung Ich bin gerade Darunter Ich hatte keine Munitionen auf einmal für das Plasma-Gewehr Warum denn? Ich habe doch nur mit der Balliste geschossen Boah Okay, dann, ähm Und da bin ich halt runter Und dann habe ich Schaden bekommen Jetzt habe ich das Extra-Leben halt Also, ja Jetzt wird das Extra-Leben verwendet Okay, dann zuerst, ähm Ja Mann, ich kann es, glaube ich, eh gar nicht mehr schaffen, oder? Jetzt müssen wir erstmal den hier töten Ey, so ein Scheiß-Drick Ja, jetzt habe ich gar keine Munitionen mehr Warte Ich muss wieder nach unten Und zersäge ich irgendjemanden Ja, super Okay, dann verkacken wir es halt nochmal Aber jetzt habe ich dafür wieder so ein bisschen Munition Dann kann ich den erstmal mit dem Rocket Launcher töten Und ich habe schon wieder nur noch 60 Leben Aber ich will es auf jeden Fall schaffen Nein, oh Ich wollte den Mit dem Glory Kill holen Komm schon Bitte Was, schon wieder fehlgeschlagen Ey, du willst mich doch verarschen, oder? Warum habe ich es denn nicht geschafft, Alter? Ich habe es so schnell gemacht, wie ich konnte Ich verstehe es nicht, Alter So, dann haben wir Oh, shit Oh, shit Okay, wir haben es endlich mal Boah, shit Boah, shit Ey, das war gerade nicht ohne Also Es war jetzt eigentlich beim letzten Versuch Immer wieder richtig einfach, aber Warte mal Achso, nee, okay Äh, okay Ich hole wieder die Doppelläufige raus Oh, noch ein extra Leben Das ist geil Okay, hier kommen wir nicht weiter Oh, nein Oh, scheiße Ähm Warte, aber ich muss es Hä? Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wo ich wie weiterkomme Da komme ich nicht weiter Oh, shit Nein, das wollte ich wieder leben Kann man da hochklettern? Ah Okay Das check ich auch erst jetzt Hä? Was? Mein Spiel hat sich geschlossen Hä? Warum? Alter Das Spiel hat sich aber auch geschlossen Okay, wir sehen uns gleich wieder im Spiel Okay, Leute Jetzt sind wir wieder im Spiel Und ich verstehe einfach nicht Warum sich das Spiel ja gerade geschlossen hat Ich bin dann rumgegangen Aber man ist das Spiel zu Naja, okay Hä? Ey, warte mal Oh, nein Jetzt sind wir nicht genau da Wo wir auch Oh, man Jetzt hat es nicht gespeichert Scheiße Jetzt sterbe ich wahrscheinlich auch noch Alter Jetzt ist mein extra Leben da wieder weg Ey, so eine Scheiße Das passiert auch immer mir Ja, jetzt sind wir hier Okay, Leute Ich würde zwar erst mal sagen Das ist mit der Folge Ich hoffe es euch gefallen Bis zum nächsten Mal Und tschüss